Irgendwas schießt Oh Gott! Hab ich nicht gesehen! Das war übel, da wir sind, wir haben keinen Motor mehr Von wo zum Teufel? Ah, da drüben ist er! Charlie! Rakete kommt rein! Er hat geschielt! Ich treffe nicht! Ich mach ihn! Schaden auf jeden Fall! Ich mach ihn! Schaden auf jeden Fall! Schaden auf jeden Fall! Naja, übel! Sehr schön! Kurzposition halten! Position halten! Zu kurz! Ich seh ihn nicht mehr! Da drüben ist Infanterie! Achtung, noch ne Majotka! Vorsicht! Da rennt ganz viel in Flings! Vorsicht! Der BMP könnte wieder kommen! Wir haben... Ich hab den Motor gleich! Das ist okay! Das kann schon wieder nachladen gehen! Na, scheiße man! Die haben gute Ambush-Positionen gehabt! Muss man sagen! Mh... 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 Scheint down zu sein! Einer ist down! Einer ist definitiv down! Einer ist zurück in die Main! Relativ sicher! Der hat auch einen Schuss gekriegt! Also ihr habt auch einen gekillt oder was? Einer ist definitiv down! Ja! Aber da waren zwei! Ja genau! Und einer ist down! Der zweite ist down! Der erste hat retrieved! Und der hat aber von einer 50er gefressen! Und eine 120er! Boah, der war... Safe! Ultralow! Das war ein LUT hier! Also Vorsicht! Könnte mehr Infanterie sein! Close Range! Okay! Also sie können jetzt schon Drohne haben übrigens! Ja! Hier draußen schießt was! Das ist nicht unser! Das ist doch unser Lodgy! Naja, aber da schießt irgendein MG! Das ist nicht unser! Das ist unser Coyote hier! Was auch immer das ist! Luff! Hier wird... Schießt die Infraus! Ganz viele Lutz! Ganz viele Lutz! Charly! Auf die Palme dran! Hau eine auf die Palme am besten! Dann fixe alle! Die Hub! Konnten sie nicht schaufeln oder was? Konnten sie nicht schaufeln oder was? Was? Check mal hinter uns! Grob... Großräimig! Die PEPPER PICK! Has BIG DICK! Has CONNECTED! Was ist denn das? Was ist denn das? Ich bin nicht darüber Lache! Ah unser friendly Tank! Da liegen wir noch ganz hinten! Stopp! 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 Kurz Position halten! Ich glaube da steht auch die Hub drin! Kann sein! Dass sie hier drin ist! Ja! Ja! Da kommt Smoke angeflogen aus dem Kompon raus! Da fahren wir noch ein Stückchen vor! Vielleicht kriegen wir da einen Winkel drauf! Da oben ist auch noch einer drauf gewesen! Da ist irgendwo eine AA-Gun! Ah ja da rum! Das ist bei... Verlängerung! Oh, wie weit ist denn das? Na eher 900! Hier waren HAD oder LAD? Nicht sicher! Charlie ist hier rein! Wir cappen! Okay, fahren wir schnell zurück in die Main! Let's go! Wir cappen voll und ich glaube die haben hier nichts mehr! Eiskalt! Boah! Das... Naja... Ich weiß nicht! Das ist schon... Wahrscheinlich ein bisschen heiß wegen den Minen und weil niemand von uns da ist! Ja, es wird North Highway! Okay, pass auf! Dann lass mal den links raus! Den Osten aufräumen! Mhm! Die probieren das ja safe wieder! Also! Wasser! Panzer! Wollte eigentlich grad schon sagen! Ich weiß! Da ist Wasser! Pfff! Können die eventuell für uns... Oder kannst du das nachher machen? Eine V-Creation-Marke auf unsere Main drauf, dass wir nicht direkt... Mainbase... aus der Mainbase rausschießen, das wär scheiße! Vielen herzlichen Dank! Die haben auf jeden Fall Feuer gelegt! Sehe gar nichts! Ich auch nicht! Da sind wir wahrscheinlich besser beraten, wenn wir von komplett West angreifen! Ja, wir müssen halt noch warten! Oder aus Süden! Ich würd' aus Süden nachhalten! Dass unsere Infanterie immer sich bewegt! Aber hier jetzt im Busch stehen, find ich nicht gut! Sollte uns bewegen! Ja! Ich seh was fahren! Da die Marke! Nicht sicher, ob's unseres war! Ne, war nicht unseres! Könnte BMP gewesen sein! Überhaupt Straße! Markiere! Rough! Ja, fahr wie der 12er da ran! Das macht alles andere, macht keinen Sinn! Fahne! Schönen! Fahne! Fahne! Ähm infanterie zapper Ja! Also Ein in den compound rein, wär gut! Bei Charly! Juck! Fahne bei Charly, ja! Also warte ich, wir hier nochmal hin! Genau! jetzt haben wir eigentlich in dem compound logi 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 194 hinter palmen hier hat palme front ich habe glaube ich he's east of you da oben ist einer hau denn die brennenden reifen sonst mal zusammen ich bin gerade dabei ja hinter uns fährt irgendwas ja ied bike scheiße was war das? das war irgendeine ied kette oder was? ja ja oh gott ich hätte nen lad nehmen sollen ich arschloch let's go ja 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 alter ich habe von der rpg mit den zähnen gefangen habe es überlebt frage mich nicht wie so viel so ideal rander ich wusste ich hier ist er ab ja ich schaufel ab hast du sicht auf die sakrat warte dann habe ich noch eine mit ich habe getroffen ha ha let's go komm 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 Was können wir uns in der Main eigentlich? Nee, ich wollte eigentlich Infanterie aufsummen. Oh, okay. Seven, do you go at Guesthouse? We can go together. Hey, man. I help you. Yeah? Oh, yeah, okay. I help you. Let's go. Hit me. And we'll go down to Al-Qadir and we'll go round the floor again. Let's go, let's go, let's go. And the place we have in the open... in one of the fields. Because it's like it's old, like a cooldown in the motorway. All good, we tanked that. Do. Fährst du drauf, oder wie? Fucking suicide mission, ha? Ah, wir machen hier ein Rally. Schlau. Pass auf, okay. So, die lassen wir jetzt rauchen und dann laufen wir ein paar Meter vor, oder? Zwei nach, dann sieht's aus, als wären's verdammt viele. Kompletten Decoy am Start hier. Alter, die Kuh, ja, ja, die gucken schon. Da zieht ne MG auf uns. Ja, 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 ja. Einfach weiter smoken, Decoy. Probier auch die Position seitlich verlegen, ohne dass sie dich sehen. So, ab ins nächste Loch. Okay, ich bin jetzt nah dran. Hinter dir. Ich habe aber keine Smokes mehr. Ja, da waren, da waren beim Lodgy welche, bei uns. Hier, warte, hinter dem, hinter dem Pick-Up, glaube ich. See. Ich habe noch Nades. Ja, ich auch. Nice. Repair von denen haben wir auch zerstört mit unseren Granaten und mit meiner AT4. Ich toste jetzt richtig schön eine rein. Boah, jetzt kommen die Mörse ran. Ich renne ran. Ich hoffe, die bringen mich jetzt nicht um mit ihren Mörsern. Die haben hier Stacheldrahten, alles mögliche gebaut. Also der Eingang ist zugebaut. Ich schaue, dass ich das wegbaue. Ja. Nein. Nein, ich wurde geteamt. Das ist ungefähr. Ah, bei mir sind welche. Nein, bei mir. BMP vor uns markiert, Vorsicht. ZU aktiv, hier unten wahrscheinlich. Auch nicht. Kette. Audio. Auch nicht. Ist ein Kette, Lodgy. Oh Gott, der hat mich mit der Lod gefistet. Ja, da ist er ja. Warum lebst du noch? Ja, ja, ich, ähm, die Superfobben hier. Ich habe gerade den Commander mal angefordert. Okay, wir haben ja Zeit. Von da aus einfach schießen. Siehst du da vor uns? Guck mal, die Tyres kannst du wegschießen. Die Smoking Tyres vor uns. Ja. Ich sehe da auch schon einige Freunde. 400. So, ich bin dead. Was denn der Nerf ist am Fall? Ja, er tagt die Crippling Barrage. Die wird so gut. Ich spawn, ich spawn. Da beim 3er Relief. Das ist gut. Klatsch, Charlie. Oh, gerade noch. Hier, Latt. Mhm. Abholt einfach. Ähm. Links gerollt. Spekulatius. Jetzt, wo es 20 Grad kälter ist. Völlig legitim. Ich kann mal ein Stückchen vor. Das ist tot, wenn du über so offene Feld laufen. Ich bin, ich bin schon. あ, ich bin schon mal ein Stückchen. Ich bin, ich bin schon mal ein Stückchen. Fabian, aber ich glaube es ist nicht schlecht, wenn wir trotzdem wechseln. Ja. Ich fahr gerade. Das ist mein Fahrt nicht blöd. Nee, aber du kannst ja auch klippeln. Ja, ich geh auf F4, kannst du verweißen. Hier oben auf dem Gebäude einiges los. Bisschen Smoke, kannst gleich Nebel werfen. Gehen wir ein bisschen weiter weg von der Wand. Oh, mein Torrent. Mein Torrent ist Arsch. Pain. Gehen. Ja, also. Weiß nicht, ob ich's reparier... Krieg praktisch von Hand, aber... ... 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